Rauch, Flammen und Hufgetrappel erfüllen das Dorf San Batolomé im spanischen Castilla-Leon. Die Mayor Domos, genannten Reiter, dirigieren ihre Pferde so nah wie möglich an die Feuer, denn der Rauch reinigt und schützt die Tiere für das kommende Jahr. Gut 100 oder 120 Pferde gehen mit ihren Reitern die reinigenden Flammen der Freuden vor. Jedes Jahr, am 16. Januar, findet das Fest Las Luminarias statt, zur Ehre des heiligen Antonius des Arbtes, des Schutzpatrons der Tiere.